er ist platt ihr wollt das milky way fahren und nicht nebendran wir kommen zur lieblings kombi super natural 2.0 sind wir drauf, servus und hallo und willkommen zu tag 2 des road trips heute sind wir im bikepark servus fürs lade es ist schon wieder 14.30 Uhr und ich zieh mir heute mal handschuhe an testweise und wir ballern ein bisschen super natural und gucken uns die strahlere sol an es wird ein bisschen gehüpft aber ich glaube wir machen heute eher einen entspannten denn wir sind ziemlich fertig von gestern aber viel spaß damit Felix ist auch dabei und let's go so meine sonne es ist schon 16 Uhr ich habe den hier gerade blatt geprabt jetzt irgendwie eine komplette kante weg geratzt ich muss jetzt hochlaufen runterfahren flicken oder reifen wechseln dass ich das geschafft habe hat der park glaube ich zu besser als nichts tschaui jetzt sind wir gehen und da gibt es jetzt gleich aber nicht treten oder? nicht treten! Ihr wollt das Milky Way fahren? In einer Welt, wo Menschen Fahrer fahren, fahren wir Supernatural 2.0 Supernatural 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 oh 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 so wir kommen zur Lieblingskombi in diesem schönen Park. Das Teil hier machen wir einfach Ultra-Laune. Hier ist die Felix Weber Gedenkstelle. Das war ein Riesen-Fail jetzt. Irgendwie links durch. Das war ein Riesen-Fail. Die letzten Kurven der Supernatural. Die Table-Line hier ist auch neu. Schauen wir uns mal an. Ich glaube, das ist für Anfänger zum Sprungtechnik-Trainieren. Das ist aber geil. Schön fluppig. Das war's aus der V-Sico. Haut rein Leute, es geht weiter nach Naudas. Tschau. Schauen wir uns mal wieder. Schauen wir uns mal wieder. Schauen wir uns mal wieder.